Popular! Hallo, ich bin Betty. Ottokar. Hallo, ich bin Juli. Wer bist du? Ottokar, hi. Und du fährst uns jetzt? Mach ich, ja, die ganze Zeit. Ich hab erst mal Oskar zu ihm gesagt. Hallo, Fabi. Hallo, Signor Otto. Hallo, Mädels. Sag mal dem Befahrer, dass wir losfahren. Ja, los, ja? Ja, lass mal losfahren. Na gut.